hallo liebe leute herzlich willkommen zurück zu annas quest wir sind hier noch immer mit der hexe beschäftigt und ja schauen wir mal ich habe jetzt ein bisschen nachgesehen wie man das macht weil ich werde nicht drauf gekommen ganz ehrlich wer ewig weiter so gegangen gut dann werden wir durchprobieren denn wir müssen da jetzt da verschiedenste sachen durchprobieren das hier ich glaube das war es nicht richtig aber ich glaube das war es nicht richtig aber so und dann kommt dem ich ich werde das kurz mal noch kurz mal nachrecherchieren das ist mir einfach zu süß am gab also und in protection spells a little bit do you think i cut you couldn't hope to know her like some rotten do y remember this of course i do it was huh you'll never have my book Hm, ok. Dann werde ich noch mal raus und wieder reingehen. Ich glaube, das wird nur die Möglichkeit sein. Ich gehe noch mal. So, und zwar müssen wir beginnen mit welchem Spruch hast du denn belegt? Ah, natürlich auch. Dann habe ich schon ein wenig die Trotzzauber. Kommt, ich bin auf deiner Seite. Ich bin auf deiner Seite, du. Und wirklich, wenn ich meine Trotzzauber hatte, würde ich einfach... Ha! Du wirst nicht! Dann gibt es einen Seifster zu kommen. Ha! Du bist richtig. Niemand könnte so großartig sein, wie du bist. Genau! Für einen schrecklichen guten Freund. Wenn du darauf achten, dann könnte... Ich habe die Trotzzauber auf ein bisschen zu schrecklichen Schreck. Du denkst, dass ich herausfinden kann? Hey, hey, hey! herausfinden? Du wirst sehen, wie großartig ich bin. Was denkst du? Nein, das stimmt. Ich bemerke, dass du einfach zu guter ein Schreck. Es gibt keine Wahrheit, dass ich so großartige Schreckinnen wie du. Okay, und der Schluss ist mit welchem Zauberspruch aus dem Buch. Das ist nicht ein Buch, oder... Hold on. Ah, warte! Nein, nein, nein! Curses, curses, curses! Well, egal. Du hast es nicht alles gehört, also es ist nicht sinnvoll. Also, ha! Ich werde nie mit dir sprechen, und du wirst nie den anderen hören. Also, du bist auf dich! Ah, schuldige, schuldige Kinder. Ich glaube, du bist alle so clever? You stupid little... I'll eat you all. Show you. This could be enough. I'll see if the sorceress knows the spell from just this bit. I think I might know at least some of the chant, if that helps. Spellbook, Spellbook, dost thou see? Spellbook, Spellbook, dost thou see? The best recipes for children are bound within thee? There's not a cookbook, or... And that was it. That's all I could get from her. Oh. Ha! Oh, my. So simple. Though I should have expected as much from a mere millwitch. It's an owner's enchantment. Meaning it has been given the mind to look after the millwitch. You just need a chant to remind it of why it should be helping you instead. Oh, really? I have to make the book feel bad for me? Uh, sure. Something like that. The chant to break it is as follows. So listen close, child. Spellbook, Spellbook, dost thou see? My cursed grandpa is waiting for thee. There's not a more powerful spellbook inside. Teach us the cure from your pages so white. That's it. Speak those words and the book is yours. Oh, okay. Got it. I think... I think... I think... I must get looking... Um, yes. Okay. I'll see you soon then. With the objects. Okay then. Mit den leeren Augen gehen wir weiter. Mühle. Rauf in die Mühle rein. Rauf in die Mühle rein. Ja, dann werden wir's... Und schon brechen müssen. Let's see if this works. Ahem. Spellbook, Spellbook, dost thou see? My cursed grandpa is waiting for thee? There's not a more powerful spellbook inside. Teach us the cure from your pages so white. Aha! Success! Ich, 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 ich. Während dessen. Sir! Uh... Oh, dear. Have you or have you not seen either of these two? Um... No. No. I have seen no such... Deviants? Deviants indeed, sir. Of the highest order. Well, the second highest. Who... Ahem. Uh... Might a gentleman... Who's not at all involved... Uh... Inquire as to what they have done. I cannot say good citizen, but the order comes direct from the queen herself. Well, queen to be. Bob? What have I told you about this? Once again, we're in the middle of an interrogation, and yet it's all about Bob, isn't it? Well? Yes, you're right. It's not always about Bob. I'm sorry, sir. Ah, it's quite alright, Bob. It's been a hard run today. What say we put our tensions aside and sample some of this fine establishment's offerings? What say you, good citizen? You will join us, won't you? Oh... Uh... But... Sirs... I'm not allowed to go in there. Nonsense! A man with a fine mustache is yours? Ha! What pish posh! Come along now. It's in order. Eh... And so not only did I put an end to her catching kids now, but I also got the book. Yes, wouldn't want any more kids captured, would we? Pardon? No, nothing. It's a great good you've done, sure. That is but one item, child. Don't get too excited. There's still a way to go. I bet you get looking for these objects then. Um... Yes. I should try using my power for something else, I think. I think. On this? Hmm... I'm not sure about that. I shouldn't use my power on that. Okay. On this? Hmm... I'm not sure about that. On this? Hmm... I'm not sure about that. I don't think my power will help me here. Hmm... Hmm... How do you like this? What do you like? So... Wow... On this way... Fahre, fahre, mobs, mobs, und weg sind wir. Und da auf Platz. Okay. Doch nicht. Damit. Okay. Okay, er ist draufgekommen, dass wir gegaut haben. Was ist, wenn ich in die Taverne jetzt gehe? Eigentlich sollte ich nicht da rein. Oh, sie pennen. Sehr gut. Hi Ben, ich wusste nicht, oh. Und dann hat der kauernde Thief geblendet und gesagt, Uh oh. Oh, mein Gott. Äh, nein. Nein, er sagte weder dieser Dinge. Welche Geschichte ist das, in der Fall? Halt auf, halt auf. Sie zwei kennen uns? Hi, Anne. Uh, ein innocenter Freund von mir, der nicht Anna, die Wattel-Gerl. Ah, ja, hallo, Herr. Der ist ein normaler Freund von mir, und nicht ein Bär. Ja, ich weiß, es gibt eine junge Frau, die in der Nähe, die sieht genau wie du. Oh, wie ich? Aber ich bin einfach eine komplett innozige Frau. Eine innozige, nicht-gültige Frau, du sagst? Du sagst, du hast nicht gesehen, eine Frau, die eigentlich ist, dann, hast du? Oh, we can't find the last anywhere. About the same age, as a bear fellow for a friend. Quite hard to miss, I'd imagine. Oh, yes, yes, I'd imagine so too. No, definitely no bear friends. Haha, a friend for a bear. How strange. Strange indeed. But dangerous. So don't approach them if you do see them, you hear? Now, where was I? Ah, darn it, I don't remember. I always thought Royal Guards would be dashing, heroic, or even just a little... In times of dangerous children and roaming bear folk, I must say, it is good to still find gentlemen like yourself. Adose to you, good sir. Just a little less clueless. Grandpa always warned me against being destructive for the sake of... I think I'll respect that advice. Oh. Are you okay? Yes. Be... Um... Be... Bjorn? Bjorn. Bjorn is what my name is, isn't it? Uh... Abba. Er... Abber... Ab... B? Yes. Yes, Abby. I am well, Abby. Good grief! You travelers have peculiar conversations. Do you always quibble over your own names? Oh, yes. Nothing like a good name, Quibbling. Hear, hear. To quibbling. I can't turn down a toast. To quibbling. But yes, yes, I'm fine. Thanks. Just hurry. We should get going as soon as possible, I think. Couldn't agree more. I'm figuring this out as quickly as I can. I promise. Gut. Ah, jetzt können wir noch mit dem reden. All right. Aye. Müssen wir irgendwie schauen, dass wir die Geige bekommen? Die ist eigentlich jetzt wichtig. So, wir haben aber eine Ablenkung geschaffen. Ich will das noch einmal. Können wir jetzt irgendetwas anderes reinsetzen? Ich will nicht wirklich, dass ich die Leute in mir finden kann. Entschuldigung, Herr, hast du... Nein. Aber ich... Oh. Was ist, wenn wir ihm die Geige zeigen? Keine Chance. Es dauert viel... Nein. Nein. Wollte ich nicht. Ich wollte schauen, dass wir den Affen noch einmal abschliessen. Oh. Nee. Das gibt's nicht. Ich will das noch einmal. Irgendwie müssen wir das schaffen, dass das funktioniert. Nee. Ich will nichts herausrecken mit dem. Vielleicht kann ich das bringen, dass wir uns... Ich bin ignoriert. Stopp! Raffle? Entschuldigung, Frau Muchtuma. Entschuldigung, Frau Muchtuma. Entschuldigung, Frau Muchtuma. Hat uns noch irgendetwas? Oh, was ein interessantes Asselemente! Eine Knapp, eine Klinge... Oh, was? He he. Er spielt Symbol. Ding! Ich glaube, es ist für den Schockkeeper's Atenung. Wie das. Ding! Ich bin nicht sicher, dass ich so ein... Mh. Irgendwie schauen... Oh, was ein... Oh, ich wollte immer einen Klown sehen. Diese Hatt sieht auch ein bisschen schwer. Es muss wohl ein Klown sein, der viel reist. Halt es. Irgendwie schauen, dass wir hier rauskommen. Ohne dass er draufkommt. Dass die Geige weg ist. Weil wenn ich das mache... Halt es. Hm. Räscher kleiner Thief. Ich glaube nicht, dass du so leicht so schnell weg kannst. Ah. Schade. Ich versuche euch alle... Ähm. Entschuldigung. Schade. 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 Okay. Da ist auch nichts. Okay. Ich lasse euch alle zurück zu, was ihr gemacht habt. Ähm. Ich hoffe, dass du... Ich habe ihn gefunden. Ach so. Wo? Wo ist er? Bitte sag mir. Er ist... Er ist... Er ist noch in den Wald. Er ist noch gut. Aber... Er ist okay, nicht? Er ist nicht verletzt, richtig? Nein, nein. Er ist gut. Er ist perfekt. Oh. 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 Tel. Und ich bin froh, dass ich dir helfen konnte... Er hat wirklich getan. Das war wirklich gut. Ich war sicher, dass er sich zu gut verloren hatte. Oh. 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 Okay, jetzt auf einmal kommt jemand raus, obwohl wir eigentlich vorher schon vor ein paar Teilen dem Schmied gesprochen haben, dann zurückgegangen sind und es nicht getriggert ist, okay. Egal. Er ist verloren, aber er ist ein Master-Huntzmann. Ich dachte, er wusste, dass er die Wälder wie die Hände auf der Hände wusste. Er mag die Wahrheit nur ein bisschen. Ja, nicht sagen, dass jemand das. Es ist nicht mein Papa, aber er ist wirklich nicht ein Master-Hunter. Es ist die Schmiede, die die Verkaufel hat, die ganze Essen nicht zu lassen. Er hat nicht zu lassen. Er hat nicht gesagt, dass er alle in der Stadt helfen würde. Wenn der Schmiede bleibt, dann wird Papa. Kannst du mir noch erzählen über diese Verkaufel? Er ist... Verkaufel? Ja, das ist frut. Wir sind frutlöse frutlöse. Das klingt nicht so gut wie ein bisschen. Aber es ist alles essen. Der Verkauf, der oft schlussiert frutlöse, ist er schrecklich. Ein ferocious, wilde Kreatur, sagt er. Gnäste Knapp und langere, schritte Klaas. Oh mein, das klingt eher gut wie ein bisschen. Und das ist mein Schatz-Papas da, wo man da versucht zu finden. Wie sieht dein Vater normalerweise aus den Bäumen aus? Normalerweise nur von Gil aus der Tavern zu helfen ihn zu finden. Und dann nur ich grüße und mache noises, damit er mich schützt und ich ihn zurückkriege. Aber Ashley? Er... er schützt den Beest. Oh, hm, hm, gut, dass er ein schütziger Beest ist. Insofern, er hat mich gefangen. Er hat es herausgefunden. Also, jetzt glaube ich, es ist der Beest oder nichts. Ah, sehr gut. Ich wusste, diese Lantern... Ist es irgendwie, dass du es wieder funktionieren kannst? Haha, du schuldigst mich? Ein Stück Kacke! Ah, nur... ohne Papa hier bin ich jetzt ein bisschen verrückt. Ich lasse, dass du... Schau dir da draußen! Ich bin ein Stück Kacke! 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 Das Beest des Waldes, die die Villagers sprechen von. Das... fruit-stealing Beest. Hm? Es ist du, nicht du, Reynard? Und was, Praytel, bringt dich zu so einer conclusie? Ja? Du... 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 Du bist irgendwie ein bisschen wie ein Beest. Ich meine, die Description sind völlig falsch, wirklich. Hey! Du hast keinen Rays, oder Claw oder Teuf. Und du bist ziemlich süß, und klein und fluffig. Ja, ja, das ist gut. Das ist wahr! Ich brauche Beestlige Qualitäten. Aber du bist ziemlich wahr. Die Beest ist die Titel, ich habe versetzt. Und die ich muss aufpassen. Ja? Sie sagen, dass du all die Frutten genommen hast, Reynard. Das ist nicht fair. Mein Lieber, die Menschen haben eine Predictable Tendenz zu exagerieren. Oh, ich verstehe. Ich bin sorry für mich, Reynard. Du bist wirklich ein sehr cleverer Typ, du weißt? Du weißt, mein Lieber. Aber du und ich, wir sind nicht so sehr unterschiedlich in diesem Bereich. Oh Gott. Reynard, ich denke, ich weiß ein Weg, dass du mir helfen kannst. Du sagst vorhin, dass du die Flutten zu führen kannst, richtig? Und der Blacksmith, also muss er nach Hause sein, richtig? Ich bin nicht sicher, dass ich besonders gut mit der Richtung geht. Oh, bitte, Reynard. Das poor Blacksmith. Er ist nur versucht, die Flutte zu helfen. Mein Lieber, ich empfehle deine Stimme, aber du fragst mich, um mich zu verabschiedern, zu verabschiedern. Also, du... du kannst zurück nach meinem Farm zurückkommen. Wir haben viel zu essen, aber... du weißt, wenn du jemanden glaubst, dass du jemanden genug bist, um einen kleinen Huntsman zu erabschieren, dann... Alles klar, alles klar, ich verabschiede, dass du gewinnen. Ich bin nicht für akquiert, aber ich respektiere deine Taktik. Oh, danke, Reynard. Ich verabschiede dich wirklich. Natürlich, mein Lieber. Und mit dem... ich glaube, ich könnte auch schon weg sein. Oh, hallo? Hallo? Anna! Ich bin froh, dass du dich sehen kannst. Er ist zurück, Anna. Mein Papa hat endlich zurückgekehrt, sicher und ruhig. Wie geht das? Das ist großartig, Ashley. Wir sind bereits wieder zurück mit der Arbeit. Wenn es etwas gibt, was du brauchst... Ja, ich brauche die Lantern, bitte. Ich fragte mich, diese Lantern... Ist da irgendeine Art, wie du es wieder funktionieren kannst? Haha, bist du schuldig? Ein Stück Kacke! Oh, wow! Das war wirklich schnell. Danke sehr. Ich lasse dich zurück zu... Wir haben jetzt eine reparierte Laterne. Jetzt können wir das kombinieren. Ah, ja! Ein Geist mit glörenden Augen. Wie in der Diebens-Storie. Das ist ziemlich überzeugend, wirklich. Aber es würde mich schockieren, wenn ich es um den Wald fliege. Sehr gut. Dann haben wir das hier. Und wir kommen uns gleich wieder zum Schluss. Ich sage auch Dankeschön fürs Zusehen wieder einmal. Es hat mir sehr eine Freude gemacht mit euch, das Ganze wieder weiter zu spielen. Und es wird auch natürlich noch etwas weiter kommen, ist ja klar. Wir spielen das hier zu Ende. Und deswegen müsst ihr natürlich ein Abo da lassen mit der Glocke, damit ihr es natürlich nicht verpasst, wann das nächste Mal gleich ist. Like natürlich und ein Comment wäre super von euch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Leute!